Also diesmal ein kleines Beispiel zum Thema Value Converter. Ich habe hier in unserem Projekt eine neue View, ein neues Window angelegt und zwar das Currency View. Und die Idee ist folgende, ich tippe in dieser Textbox einen Wert rein und im Label steht auch dieser Wert, aber bitteschön formatiert. Und zwar mit eurem Symbol. Beziehungsweise vielleicht wollen wir das sogar im Textfeld schön dargestellt haben. Und dann wollen wir uns noch ansehen, wie gehe ich damit um, wenn ich eigentlich eine Poolvariable habe oder eine Eigenschaft mit einem Mool. Und wir wollen auf Basis dieser Eigenschaft bestimmte Elemente anzeigen oder ausblenden. All das sind Anwendungsfälle für Value Converter. Und wie denn die jetzt funktionieren, das sehen wir uns ganz konkret in diesem Video an. Okay, ich habe mal ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. Und zwar, es gibt hier ein View-Model und hierzu gibt es eine Eigenschaft, Dezimal. Und Dezimal Value, Dezimal ist für Währungen immer sehr gut geeignet. Und ein Datentyp, der zwar langsam ist von der Berechnung her, aber super genau. Also ohne Rundungsfehle oder so, nicht so wie Float oder Double. Also, damit das auch funktioniert, Dezimal Value, ihr kennt das Thema mit Notify Property Changed. Also, get, Pfeilchen Value, set, geschwungene Klammer auf, if, value und gleich value. Ah, jetzt wird es kompliziert. Dann sagen wir, value ist gleich value und this.raise, Notify Changed. Okay, also raise property changed. Gut, value ist offensichtlich einer der schlechtesten Namen, den man sich nur vorstellen kann. Steuerung RR für Rename, weil und überall wo es weiß, nennt er es richtig. Wo es nicht weiß, kann er es nicht umbenennen. So, gleich, gleich. Gut, wir haben den Value und diesen Value wollen wir jetzt binden. Also, das CurrencyViewModel braucht, wie immer, im Window Data Context unser CurrencyViewModel Instanz. Dann, wie immer, einmal gut kompilieren und kurz warten. Und dann zurückzukehren und hier den Wert des Textfelds zu binden. Create Data Binding auf diesen Value. Yeah. So, wir wollen aber auch dieses Label binden. Und zwar ebenfalls auf Create Data Binding diesen Value. Wunderbar. So, und jetzt soll aber hier schön etwas mit Euro stehen. Dann bauen wir uns unseren mysteriösen Value Converter. Und diesen, na, machen wir einen Ordner. Das ist immer gut für Value Converters. Und hier machen wir STRG-Shift-A für eine neue Klasse. Und das ist unser CurrencyValueConverter. So, diese CurrencyValueConverter ist nichts anderes als eine ganz normale Klasse, die ein Interface implementiert. Und zwar ein iValueConverter Interface. iValueConverter STRG.Enter ist im Namespace Windows.Data enthalten. Und dann rechte ich mal aus, dass der Enter. Und es gibt hier zwei Methoden, die wir implementieren müssen. Die eine Methode ist Convert und die zweite ist ConvertBack. Also, Convert geht sozusagen vom View-Model zur View. Und die ConvertBack ist von der View zum View-Model. So, und hier gibt es mehrere Optionen. Das eine ist, wir haben hier ein Value. Das ist der Wert, der reinkommt. Wir haben einen Target-Type. Also, wo wollen wir hin konvertieren? Wollen wir diesen Wert in einen String, in einen End? Oder wo wollen wir hin? Entsprechende Parameter, die es vielleicht noch gibt. Und Culture-Info. Also, Parameter könnte zum Beispiel sein, handelt es sich um ein Euro-Symbol oder um ein Dollar-Symbol. Und die Culture-Info könnte sein, damit wir im richtigen Format das eben entsprechend darstellen. Wie zum Beispiel, im Englischen gibt es ja das Komma nicht als zwischen Ganzen und Bruchteilen, sondern als Tausendort-Rennzeichen zum Beispiel. Also, hier kann man sich dann richtig gut austoben. Man hat alle Informationen hier drinnen, um das richtig, richtig gut zu implementieren. Wir machen es wieder mal super einfach. Wir ignorieren den Großteil der Parameter. Wenn wir eine wirklich seriöse Anwendung haben, die mehrsprachig funktioniert, international funktioniert, dann muss man sich auf so Sachen wie die Culture-Info eben auch einstellen. Es wird halt nicht anders. Okay. Wir bekommen hier ein Object-Value. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, okay, if... Also, wir brauchen mal einen End. Na, einen Dezimal. Also, vom View-Model bekommen wir ganz bestimmt ein Dezimal. Value ist gleich Dezimal-Value. Also, das haben wir hier bekommen. Und wir liefern ein Object. In unserem Fall eigentlich einen String, aber das weiß ja der Value-Converter nicht. Und wir machen Return Val.toString. Und zwar machen wir im Format 0.00 Euro. Und ja, dann schauen wir mal, wie denn das jetzt läuft. Ich drücke mal auf Play. Ja, es läuft noch gar nicht. Wir haben den Value-Converter natürlich nicht eingebunden, zugewiesen, sonst irgendwas. Ja, das bringt natürlich nichts. Okay, Currency View. Wir müssen mal... Was müssen wir tun? Wir haben einen Data-Context. Das sind die Daten, die gebunden werden. Und jetzt brauchen wir noch etwas anderes. Wir haben diesen Value-Convert in einem eigenen Namespace. Und zwar in MVVM Value-Converters. Damit wir das in der View jetzt verwenden können, müssen wir das natürlich hier mit einem Namespace irgendwie versehen. Das heißt, wir sagen, okay, XML Namespace. Wir wollen VCE für Value-Converter. Ist gleich. Das ist jetzt ein CLR Namespace-Toppelpunkt. Und zwar dieser Value-Converters Namespace. Also mit VC können wir jetzt auf die Value-Converter, wenn wir so wollen, zugreifen. Kurz mal kompiliert mittendrin. Das schadet nie. Und damit die Value-Converter richtig verwendet werden können, gibt es hier nicht nur ein Window-Punkt Data-Context, sondern auch ein Window-Punkt Resources. Da sind Ressourcen drinnen, die diese Seite jetzt verwenden kann. Diese View. Und zwar haben wir eine Resource im VC drin. Und zwar unseren Currency-Value-Converter. Dieser bekommt jetzt einen Key, mit dem wir dann darauf zugreifen können. Und den nennen wir Currency. Okay. So. Und jetzt haben wir diesen Wert gebunden. Und jetzt machen wir auch ein paar lustige Sachen mit diesem Converter. Also, wir haben hier das Label. Wir haben hier die Textbox. Und was wir jetzt machen, wir binden das Label. Gibt es hier das Content-Binding mit Value. Und ich mache mal das Binding hier einfach neu. Create Data-Binding. Ich gebe wieder auf Value. Und ich sage, hier bei Converter hätte ich gerne diesen Currency-Converter. Ich kann hier Parameter angeben. Das ist wie gesagt Euro, Dollar oder solche Sachen. Die kann ich dann entsprechend im Value-Converter darauf reagieren. Und das, was ich jetzt mache, ist, dass wir hier jetzt im Binding nicht nur auf Value binden, sondern auch angegeben ist wie Beistrich Converter. Und zwar auf eine statische Ressource, die auf Currency zeigt. Currency ist der Key, den wir hier angegeben haben. Und das ist eine Instanz unseres Currency-Value-Converters. So, und natürlich gibt es auch die Wayback-Maschinen sozusagen. Also wenn wir nur Werte haben, die wir im View-Model setzen und anzeigen wollen, dann würde uns das schon reichen. Aber wir haben in dem Fall ja auch ein Textfeld, das den Wert im View-Model setzt. Und in diesem Textfeld wollen wir zum Beispiel reinschreiben 12 Euro. Und dann will er das auch richtig als dezimal 12 retourniert haben, hoffentlich. Also in diesem Fall bekommen wir einen String-Value, ist gleich String-Value, konvertiert zu einem String und dann sagen wir, okay, if, wir machen jetzt sehr rudimentär wieder mal, okay. Value ist gleich Value.replace, Euro nach nichts und wir trimmen auch noch keine gute Implementierung, also keine, wirklich nicht, okay. Dezimal Result ist gleich Dezimal.parse, Value, Return Result. Also das wäre unser Convert-Back von der View zurück Richtung View-Model. Das Convert wäre vom View-Model in die View. Gut, wir können da mal ein Breakpoint reingeben, hier und hier. Wir drücken mal auf Play und wir werden gleich sehen, dass wir hier sofort in dieses Convert rein tapsen. Und warum machen wir das? Naja, weil wir hier ja das entsprechend mit unserem Value-Converter anzeigen und anzeigen wollen. Das ist natürlich eine schöne Sache. So, ich drücke jetzt mal auf Stop und sage hier auch, okay, ich möchte diesen Value-Converter nicht nur hier verwenden, sondern auch hier verwenden. Dann sage ich Create Data Mining, Value-Converter, hätte ich gerne einen Currency, okay. Und wir drücken Play und jetzt werden wir auch sehen, dass dieser doppelt aufgerufen wird. Einmal für das Label und einmal für die Textbox. So, jetzt steht da 0,0 Euro, ich schreibe mal 12 rein und es geschieht nichts, warum nicht? Ja, es geschieht nichts, weil wir ja den Fokus aus dem Textfeld nicht rausbekommen haben. Und jetzt habe ich das Fenster geschlossen und ich sehe, hier kommt das 12 rein, ich replacee das Euro, ich mache ein Pass auf das Dezimal. Und dann wird auch die UI wieder aktualisiert vom Label. Hier kommen diese 12 rein, nein, 0, warum 0? Jetzt wird es Range. So, nein, da sind wir verkehrt. Currency. Also, wir returnieren dann Value, wenn Value gleich Value, dann, also gleich ist natürlich total für den Hugo, ungleich. Wenn die ungleich sind, ist eh klar. Gut, also nochmal ausprobiert. Binden, binden. Ich habe hier 12 Euro zum Beispiel, die ich hier reingebe, dann geht es natürlich nicht, weil wir den Fokus vom Fenster nicht verlieren oder vom Textfeld. Und den Update Trigger haben wir noch nicht. So, jetzt habe ich das Fenster geschlossen, wir verlieren den Fokus, dadurch steht hier 12 Euro herin. Wir replacen das, es steht nochmal 12 herin und wir returnen das Result. Wir machen ein Race, Property, Change, wir binden das neu und alles ist wunderbar. So, prima. So, das war so ein Value Converter für Currency. Wir können jetzt natürlich hier noch irgendwie, wollen wir das machen, ich mache hier noch eine, ups, hey, wo ist meine View? View. Ich mache hier noch ein zusätzliches Textfeld rein. Textbox. Na? Okay, dann halt so. Copy, Paste. Wir machen hier 99, wir machen hier 129. Wir binden das mal nicht. Ups, wup, wup, wup. So. Also, nur zum Beweisen, dass das so funktioniert. Ich gebe noch die Breakpoints raus, da müssen wir auch nicht überall drin sein. So, hier die PR 12,09 Euro hin. Verlasser Textfeld. Ich gebe den Breakpoint noch weg. Und wir haben hier 12,09 Euro stehen. Ich tippe einfach nur 13 rein und ich habe hier 13,0 Euro stehen. Aber auch im Textfeld wird das Format automatisch richtig gestellt. Und nochmal, wir haben im View Model einfach einen normalen Datentyp. Wir haben dort einen Dezimal. Wir könnten einen Int haben, einen Float, was auch immer. Diese Value Converter sind dazu da, um eine schöne UI zu bekommen, um schöne Werte in der UI zu bekommen und hinten mit ordentlichen Datentypen arbeiten zu können. Also, die ganzen String-Formate, Datumsformate etc. mit Value Converter machen. Das ist eine gute Idee. So, jetzt könnten wir uns noch kurz ansehen, beim Value Converter, diesen Parameter. Ich gebe mal das Euro hier weg und sage einfach, toString plus String Parameter. Ja, das ist auch nicht sehr schön, aber damit wir es sehen. So, und natürlich könnten wir auch hier sagen, jetzt nicht abgefragt, ob der Null ist offensichtlich, was wir für einen stabilen Value Converter natürlich tun müssen. So, nochmal das Binding angesehen, Great Data Bining, No Value Converter, No, ich hätte gern auf das hier, ich hätte gern in den Currency und ich hätte hier gern diesmal Dollar. So, und hier, was habe ich hier gemacht? Ja, dann gibt es hier einfach Parameter Dollar. Gehen wir das mal weg. Gehen wir das mal weg. Und hier, ebenfalls, OSS Currency, Beistrich, Converter Parameter, hier machen wir, Yen. Nein. Doch, egal. Yen. So, play. 0 Yen, 0 Dollar, 12. 12 Dollar, 12 Yen. Also, wie man sieht, es würde auch mit den Parametern gehen. Okay, machen wir noch folgendes. Zum Beispiel, machen wir hier einfach einen, egal was rein, einfach nur was, was wir nachher ausblenden können. Okay, wie so ein Studio spinnt gerade ein bisschen. Also, wir machen hier einen Button rein. Content ist gleich. Hallo. So, dieser Button ist jetzt automatisch im Hintergrund. Okay. Ein Margin von 10, 10, 10, 10. Das hat ja auch ein bisschen Abstand. Na, ganz im Hintergrund geht auch nicht. So, machen wir es hier hin. Okay. Dieser Button soll nur angezeigt werden, wenn hier nicht 0 herin steht. Oder besser gesagt, wenn im View Model ein anderer Wert, das 0 ist. Also, hier mit dem ganzen Dollar, Yen, mit dem ganzen Value Converter, pipapo, wollen wir jetzt nichts im Hut haben, sondern wir machen uns einen eigenen. Damit wir einen Button ausblenden oder einblenden können, gibt es eine Eigenschaft, die heißt Visibility. Das Blöde ist nur, dieser Visibility Converter oder diese Visibility Sache, die ist so PoEye-spezifisch. Und wir wollen es ja in WebPF oder wir wollen ja in unserer Firma oder Klasse keine UI-spezifischen Sachen haben. Also, machen wir uns einen Value Converter dazu. PoEye-Visibility Converter. Das ist auch so ein Converter. Ich glaube, den gibt es in jedem WebPF-Projekt. Ein Value Converter. Es gibt ja diverse Examels-Langs, die Windows Universal UWP-Applications, also Windows Universal Plattform-Applikationen, beispielsweise, da gibt es, wenn ich mich recht entsinne, bereits einen Boole-to-Visibility Converter. Der kann das automatisch. Das klassische WebPF konnte das bisher, glaube ich, zumindest nie. Okay. So, also, der Target-Type ist dieses Visibility. The Value ist ein Boole. Okay, also sagen wir, wenn diese Value auf eine Boole konvertiert True ergibt, return Visibility und zwar, das System Windows Visibility are visible. So, else return Visibility Punkt, ups, hidden. Ja, und hier machen wir es genau umgekehrt. If Visibility von unserem Value gleich gleich Visible return True is return False. So, jetzt haben wir einen Boole-to-Visibility-Converter. Natürlich lässt sich das alles vereinfachen mit jedem Syntax etc. Aber egal jetzt. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen wieder einen neuen Resource das VC und hier brauchen wir den Boole-to-Visibility. Die X-Key ist gleich Boole-to-Visibility. Okay, Boole-to-Vis muss reichen. Ist sonst zu viel zum Tippen. Ah, macht ihr den Editor? Egal. So, gut. Was haben wir jetzt? Boole-to-Visibility. Blah, blah, blah. Also, der Exist, also neu kompilieren. WPF bei Fehlermeldungen neu kompilieren. So, und hier haben wir eine Appearance. Visibility is visible hidden collapsed. Wir binden diese Eigenschaft visible. Create data mining. Wir gehen auf value. Was? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir gehen hier hin und sagen in unserem Currency-Fuel-Model gibt es eine Eigenschaft. bool public bool show button oder has non zero value und diese Eigenschaft ist zwar read-only, aber sie ist so, dass wir sagen okay, if value ungleich 0,0 so, woops, was haben wir hier keine Dezimal to double, ach so, ja, ups, so, ein paar Klammern falsch, haben wir hier ein Dezimal, also steht hier natürlich M. So, wenn es ungleich 0 ist, dann ist es true, ansonsten ist es false, also wenn wir, solange wir 0 haben, soll er nichts anzeigen. Okay, dann haben wir natürlich, wenn sich der Wert ändert, dann hat sich möglicherweise auch dieses has, diese Eigenschaft geändert, has non zero value, also wenn sich der Wert hier ändert, dann ändert sich natürlich auch der Wert hier, also brauchen wir hier das race property changed, damit die Binding Engine weiß, dass es diesen Ausdruck neu auswerten muss. So, und jetzt haben wir die Eigenschaft, wir können die Visibility des Buttons auf diese Eigenschaft binden, create data binding, wobei wir hier natürlich, wo ist diese Eigenschaft? wo ist diese Eigenschaft? So, nochmal kompiliert, build successful, visible, create data binding, jetzt, so, boolean, und wir nehmen unseren bool to vis parameter, äh, value converter, damit er diesen bool auf den Datentyp für Visibility konvertieren kann. so, und jetzt drücken wir hier play, wir haben zwei Welle-Converter geschrieben, einmal, dass wir hier schöne Dollarzeichen etc. haben, und einmal, die Yen, und einmal, damit er diesen Button anzeigt, je nachdem, ob hier etwas schöner steht, oder null da steht, aber auch schön formatiert, sozusagen, also, wir haben hier 42, für 42 Entwickler natürlich, und das funktioniert wunderbar. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch das Thema Value-Converter ein bisschen näher bringen können. Eine tolle Sache, im View-Modal sind es immer ganz normale Datentypen, die, wie wir es auch in die Datenbank schreiben würden, um zu suchen, um zu addieren, um was weiß ich was zu tun. In der View wollen wir aber oft schönere Werte haben, wir wollen kein Datum, keine Uhrzeit, wir wollen nicht die Anzahl der Sekunden, die vergangen sind, sondern wir wollen zum Beispiel so Sachen sehen, wie vor drei Minuten. Und dazu gibt es die Value-Converter. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprogrammieren, ja, schönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.